Yo Leute, was geht ab? Euer Bevan Romanian ist wieder am Start und heute mal wieder mit einer kleinen, aber feinen und vor allem leckeren Review von den neuen Burgern bei McDonalds. Es gibt wieder mehrere neue Burger, ich glaube drei, wobei eigentlich wirklich nur einer neu ist und zwar der McCrispy. Ich glaube, ich werde jetzt hier glatt ein Bild einblenden. Dafür ist der andere, der Homestyle Chicken draußen. Dieser McCrispy hat sehr viele Vorschuss-Lowbeeren erhalten. Er hat ja auch diese Werbung mit so knusprig, dass er nur zwischen 26 und 22 Uhr gegessen werden darf und so weiter. Und er hat eine coole Soße auch drauf und ich habe mir auch schon einige Review-Videos angeschaut dazu und die meinten, dass es wirklich wie so KFC-Fleisch ist und ja einfach, dass es so wirklich KFC-Niveau hat. Und da freue ich mich halt wirklich drauf, bin ich echt gespannt. Und der zweite Burger wird der Hamburger Royal-Käse mit doppelt Fleisch sein. Eigentlich kein neuer Burger, aber jetzt gibt es halt die Option mit zweimal Royal-Fleisch drauf. Das ist schon was Neues und wie ihr vielleicht schon wisst, ist der Royal-Käse mein Lieblings-Burger bei McDonalds. Und wenn es den schon doppelt gibt, probiere ich den auch mal. Werde gleich mal sehen, wie die so ausschauen, die beiden. So, hier ist der Mac Crispy, also hier schön Verpackungchen. So, dann haben wir hier einmal die Soße. Das Brot ist auch nice. Und Crispy Chicken ist drauf und viel Lat-Salat. Sieht schon mal lecker aus. Und der zweite daneben, ja, wie ein fetter Cheeseburger. Schön Zwiebeln, schön Ketchup-Mayo, äh Ketchup-Senf drauf, doppelt Fleisch. Bin ich echt gespannt, wie die beiden schmecken. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe richtig Hunger, deshalb legen wir gleich los. So, haben wir hier hingestellt, das Handy. Können wir gleich mal reinbeißen. Okay, schaut so sehr lecker aus. Okay, schon sehr knusprig, das Fleisch. Ich finde, der ist ein bisschen kleiner als der andere. Also, der ist nicht so groß. Vielleicht hat er jetzt gerade gar nicht so klein aus. Also, er ist nicht klein, aber es ist auch kein großer Burger. Kostet auch nur 5,39 Euro einzeln. Da muss ich jetzt aufpassen, dass der Kater nicht hochläuft und dass er das fressen will. Dann beiß wir nochmal schnell ab, ein zweites Mal. Ich weiß nicht, ob man es hört, wie der knusprig ist oder wie der knuspert, aber sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ich werde den gleich aufessen. Jetzt kommt erstmal der zweite Burger. Ich schaue mal dahin. Dahin muss ich schauen. Auch mir passieren Fehler. Profis passieren auch Fehler. Und der Kater wird übrigens rüberspringen. Deshalb, bis gleich. So, und wir sind beim zweiten Burger angekommen. Rohe Gäse. Wie gesagt, mein Lieblingsburger. Schmeckt alleine super. Aber wie schmeckt es mit zwei Fleisch? Probieren wir. Mhm. Okay. Interessant. Also was ist groß interessant? Schmeckt einfach sehr intensiv. Was ich mir gewünscht hätte tatsächlich. Und das, weil zwischen den beiden Fleischscheiben ist halt nix. Dass da nochmal Soße draufhört oder sowas, weil es ist schon ein bisschen trocken. Klar, das sind jetzt die Eckstücke. Also, ich weiß nicht noch was von der Mitte ab, wo ein bisschen mehr Soße dabei ist. Mhm. Okay, in der Mitte geht es dann wieder. Nicht ganz trocken. Ist halt schon echt viel Fleisch vom Geschmack her. Ich esse das alles auf und dann mache ich euch eine Bewertung, wie gut ich das finde. So Leute, ich habe aufgegessen, beziehungsweise fast aufgegessen. Den einen halben Burger. Nicht ganz einen halben. Den muss ich später noch essen. Habe es nicht ganz geschafft. Was soll ich sagen? Ich fange jetzt, oder mit wem beginne ich erstmal? Mit dem McCrispie. Nee, beginnen wir andersrum. Machen wir jetzt erstmal mit dem Röhrer Käse. Und zwar finde ich ihn lecker. Muss ich aber sagen, finde den ganz normalen, klassischen, ohne Doppelfleisch besser. Weil ich finde, da ist auch die Abstimmung einfach von... Ja, es hat schon Sinn, warum manche Burger so zusammengesetzt sind, wie sie sind. Weil wirklich der Geschmack so nur einzigartig dann auch bestehen bleibt. Und das ist beim Röhrer Käse definitiv so. Also ich finde, das doppelte Fleisch macht ihn schlechter. Und deshalb werde ich ihn mir nicht nochmal bestellen, wenn einfach ganz normal, klassisch in dem Menü. Den ganz klassischen Hamburger Röhrer Käse, ohne Doppelfleisch. Weil, ja, das ist einfach... Nicht, dass es schlecht schmeckt, aber er ist einfach nicht so, wie ich mir einen Hamburger Röhrer Käse dann doch wünsche. Von dem her kriegt der von mir 5 von 10 Sternen. Ich spreche immer hier so eine Mackie-Sprache, damit ihr auch wisst, warum jetzt der McCrispie nämlich so ein Rating bekommt. Und zwar bei dem finde ich tatsächlich, oder den finde ich sehr, sehr gelungen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Burger. Mir hat der Homestyle nicht so gut geschmeckt. Ich fand irgendwie, ja, das Chicken und so, das war alles schon ganz gut. Aber irgendwie die Zusammensetzung war jetzt nicht ganz meins. Von dem her, ja, finde ich, es ist ziemlich gut, dass jetzt dieser da ist, weil diese Honig-Senf-Sauce ist zum einen richtig, richtig lecker. Leicht, ganz, ganz leichte, pikante Schärfe, aber überhaupt nicht übertrieben. Also, ich esse sehr, sehr gerne scharf und das ist überhaupt nicht scharf. Aber es ist trotzdem leicht pikant und das mag ich durch den Senf. Das ist nicht so eine klassische Honig-Senf-Sauce, sondern man sieht auch noch die kleinen Körnchen vom Senf. Müsste also Dichon-Senf sein. Und das Chicken ist halt echt richtig geil. Also, kommt wirklich an KFC-Fleisch ran, von der Knusprigkeit, auch vom Geschmack her. Das ist wirklich sehr, sehr lecker, zusammen mit dem Brot. Tatsächlich hätte ich mir ein bisschen einen anderen Salat noch gewünscht. Also, dieser Eisberg-Blattsalat, ja, der ist ein bisschen crunchy, aber so ein schöner, ja, Lolo-Bionder zum Beispiel, sowas, der hätte mir dann doch noch ein bisschen besser gefallen. Deshalb kriegt dieser Burger von mir 8,5 von 10 Sternen tatsächlich. Weil ich ihn so ganz gut finde, wie gesagt, das Salatblättchen hätte man noch ein bisschen anders machen können. Und, ja, vielleicht kommt ja noch mal ein richtig, richtig geiler Burger. Und dann, ich brauche ein bisschen Spielraum nach oben. Wenn es den als Wrap so gäbe, wäre es sicher eine 9, definitiv, weil ich liebe Wraps. Wraps ist auch bei McDonalds einfach mein Highlight mit dem Röhrer Käse. Die beiden Sachen liebe ich dort. Und wenn man dieses Chicken und diese Soße in den Wrap packen würde, dann wäre das definitiv mindestens eine 9, vielleicht sogar eine 9,5. Also, McDonalds, wenn ihr das seht, denkt mal drüber nach, wie sie was ändern. Ein Wrap wäre geil. Genau, das war es schon von meinem Review. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Lasst ein Like, lasst ein Kommi da. Holt euch die Burger, probiert es, unterstützt McDonalds. McDonalds ist Nummer 1, muss immer Nummer 1 sein. Burger King ist Quatsch. Ich mache hier gerade Propaganda, ich werde nicht bezahlt. Aber Burger King ist Quatsch im Gegensatz zu McDonalds. Könnt ihr nur sagen, was ihr wollt. Ist jetzt nicht scheiße, aber McDonalds ist ganz klar besser. Ambiente besser, Leute sind besser und so weiter. Also, Nummer 1. Und vielleicht mal ab und zu Subway, das dürft ihr auch noch machen. Aber unterstützt McDonalds. Genießt die Burger. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich habe sie am Sonntag hier aufgenommen am Wahltag. Geht wählen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.